Ihr Schweine. Na, pass auf. Ja, das war jetzt auf gut Glück. Aber dieser ganze Staub. Ja, komm. Hört ja gar nicht auf. Okay, jetzt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verstecken. Wo ist denn der? Und ich habe nur noch so große Waffen. Das ist blöd. Das ist natürlich sehr blöd. Hallo? Ha! Boah. Weg hier, weg hier. Ich brauche unbedingt Munition. Na, jetzt. So. Und da. Ach du Scheiße. Nach da oben. Gut, immerhin haben wir jetzt Munition für diese Waffe und... Hey! Munition für die Waffe. Das ist ja cool. Oh, ich will nicht sterben. Moment, ich speichere mal kurz. Und? Okay. Ich höre einen über mir, oder? Oder bin ich das? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Boom! Komm, fliege in die Luft. Das gibt es ja nicht. Okay, Leiter hoch. Ach du heilige. Moment, da nehmen wir jetzt hier unsere Panzerfaust, unseren Raketenwerfer. Und sterben. Miteinander. Verdammt. Gut, dann machen wir das jetzt so. Ja, ähm. Dann weiß ich ja jetzt, was passiert. So. Na, geht doch. Da nehmen wir jetzt gleich den Raketenwerfer. Und? Aktivieren die Zeitlupe. Und schießen da Raketen hin. Und ihnen passiert nichts. Hallo? Geht es noch? Was zum? Wie viel halten die denn aus? Das gibt es ja nicht. Gut, Freunde. Wenn ihr es so haben wollt, dann bekommt ihr es so. Dann bekommt ihr es so. Ja, Raketenwerfer jetzt kaum hoch. Ich will sie in die Luft sprengen. Pass auf. Ja. Geht doch. Und jetzt sehen wir da hinten noch. Ja, ein bisschen eingeschwächt. Okay. Verdammt. Oh. Ach, no. Ah, ups, 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 ups. Ich wollte eigentlich diese Waffe nehmen. Boah, sehen die gleich aus. Scheiße. Was ist hier? Hier ist nichts. So, wie komme ich jetzt da rüber? Ja, ich glaube, ich musste... Ah, okay, okay, okay. Ich muss hier runter und dann... Ja, ich muss hier runter. Moment, vielleicht kann ich... Haha, guck mal. Guck mal. Ich erspare mir was. Ho. Mann, bin ich Trixi. Trixi drauf. Ich bin voll Freaky. So. Und jetzt bin ich hier oben gelandet. Na, das bringt mir natürlich viel. Da liegt eine Nagelpistole, aber die möchte ich nicht. Äh. Ach, guck mal. Da liegt was. Das hole ich mir jetzt. Ach, ich habe hier gar nichts übersprungen. Ich glaube, das musste so sein. Kann das sein? Ach. Manu. Das ist ja blöd. Jetzt will ich aber erstmal den Boost und so haben, na? Hallöchen Boost, Medipack und Schrotwinte, die ich nicht mitnehme. Tja, ich lasse dich allein hier. Nein, nicht nicht. Bitte. Soll ich sie wirklich mitnehmen? Ich weiß nicht. Bitte. Ach. Nein. Tut mir leid, Schrotwinte. So. Hier einer. Und. Da unten. Und. Kapitel immer noch nicht geschafft. Boah, ist das lang. Ich speichere jetzt kurz. Bevor wir das Ganze nochmal machen müssen. Mussen. Bevor wir machen müssen das nochmal. Speichere ich mal kurz. Und. Gehen hier lang. Aha. Okay. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Kane & Lynch 2. Haben bestimmt die wenigsten von euch gespielt. Aber naja. Ja. So. So. Und so. Hm. Ach, keine Munition. Verdammt. Okay, du hast Glück gehabt. Nein, nein, nein. Behalt die. Behalt die. Behalt die hier. Ähm. Nam, 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 nam. Pistole. Gut, wir nehmen die Pistole. Dann haben wir wenigstens etwas. Ne? Weil die Munition für den Raketenwerfer. Und. Für die Laserkanone. Möchte ich nicht verschwenden. Äh. Wohin? Ich gehe jetzt mal hier runter. Autsch. Da rein muss ich nicht gut. Äh. Ich glaube hier lang. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Ich bin schon wieder hier. Was? Was? Alle Wege führen nach Rom. Muss ich hier lang? Aha. Das sieht richtig aus. Ja. Ähm. Na, da sehe ich doch schon ein. Zwei. Komm, komm. Jawohl. Scharfschütze? Ich habe eine Pistole, du Idiot. Oh nein. Oh nein, was hat er? Was hat er für eine Waffe? Ich hoffe, eine Nagelpistole. Eins. Zwei. Drei. Okay, das war eine Nagelpistole. Sehr gut, sehr gut. Wo ist der andere Typ? Da war irgendwo noch einer. Irgendwann noch einer. Wir nehmen mal die Nagelpistole. Ja, die nehmen wir jetzt mal. Und auch Munition hier. Alles klar. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Wo ist der? Was denn? Wobei denn? Kriegst du deine Schuhe nicht zu, oder was? Soll ich dir helfen. Wir verstecken uns jetzt erstmal hier. Und jetzt. Hopp. Was? So, seht ihr, Leute? Ich glaube, irgendwie, ähm... Ich weiß nicht. Habt ihr gerade gesehen, woher das kam? War das jetzt... War das jetzt Alma, die ein Paket durch die Mauer geschmissen hat? Oh, oh. Das ist jetzt etwas komisch wegen den ganzen Bugs. Aber naja. Und das ist schon der neueste Fatsch. So. Und? So. Puh, zum Glück hab ich die Waffe. Zum Glück hab ich die Waffe. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Warum tue ich das? Verdammt. Wo fang ich jetzt an? Nein. Och, nein. Das ist doch... Das ist doch scheißendreck. Oh, oh. Ich hab auch eine geworfen. Uah. Die aber nicht getroffen hat. Genau wie meine. Ich hab keine Chance, Mann. Keine Chance. Pass auf. So. Jetzt hier Laserwaffe. Und den Typen. Eins. Und. Vier. Und. Drei. So. Äh. Die Nagelpistole nehmen. Oh, oh. Ach, und jetzt wieder den Typen da hinten. Ach, das war tatsächlich der Typ. Okay. Die Kiste hat sich da durchgeglitscht oder sowas. Okay, dann jetzt nochmal das gleiche Spielchen. Wo ist denn der? So. Ha. Hab ich mir von hier genommen. Hä? Ich bin ein schlauer Fuchs. Und wo ist jetzt der Typ, der mich immer umgelegt hat? Oh, oh. Au. Oh nein, das ist der Typ. Einfach mal so. Und einfach mal so. Mal richtig einheizen da drüben. Eins. Au. Zwei. Komm schon. Okay, und da hinten waren immer noch Typen. Schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Ja. Ähm. Hier. Das und. Oh. Hä? Das sind zwei. Das ist doch eine gute Taktik, sich ineinander zu verstecken. Sowas kenne eigentlich nur ich. Äh. Da. Raketenwerfer. Uh, schön. Heilung. Und ich glaube, da hinten war der Raum, wo ich das Medi-Packet habe. Ja, und hier lag Munition für irgendwas rum. Na, super. Ach, für die Laserwaffe. Alles klar. Schnief. Hey, was ist das denn da? Only. Achso, ich dachte so, das wäre irgendwie in Blut geschrieben oder sowas. Schade, sieht so aus, oder? Only. Uh, was hat Elmer da denn geschrieben? Exit only. Ah. Oh. Naja. Oh, da höre ich doch jemand rumtapseln. Hup, 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 hup. Oh, gut zu wissen. Schnief. Hm. Zups und... Schon wieder Medipack. Okay, ihre Präsenz ist also nahe. Dann würde ich mal sagen, hier am Checkpoint speichern wir jetzt. So. Und ich mache einen kleinen Schnitt und spiele vielleicht gleich weiter. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, denn heute ist ja Ostersonntag und ich muss ja noch die Eier kochen und sie vor mir verstecken. Bis zum nächsten Mal, euer Holly. Bis zum nächsten Mal.